Kreisky würde Babler wählen. Hallo Franz. Hallo Julian. Ich habe immer mehr Spaß daran, für Andi Babler zu sein. Das liegt auch ein wenig an seinen politischen Mitbewerbern. Da ist der eine, der versucht, Andi Babler zu definieren als Kommunisten. Und dann ist der andere, der ein uralts Parteisoldat ist. Der für das Volk da ist und aus dem Volk kommt. Nachher hat er sogar den Erlöser entdeckt, der Babler. Der hat mit den Leuten direkt zu tun. Er ist Bürgermeister in einer prekären Stadt. So einfach ist es riskieren mit Sicherheit nicht. Aber das hat er sehr gut gemanagt, auch durch seine Nähe zu den Leuten. Also, was ist der Babler? Ein Sozialdemokrat im guten alten Sinn. Ich habe den Andi Babler kennengelernt als Politiker, der nicht locker lässt, bis er seine Vorstellung von Gerechtigkeit umgesetzt hat. Andi Babler macht nicht Politik nach Schlagzeile, sondern nach Überzeugungskraft. Er setzt sich nicht dafür ein, was opportun ist, sondern was gerecht ist. Er will ein Kanzler sein, der sich nicht für die Gewinne der Unternehmen, für die Banken oder für die Medienhäuser einsetzt, sondern für uns. Gerechtigkeit 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 Gerechtigkeit